Wie forscht man eigentlich in der Medienpädagogik? Ich finde die medienpädagogische Forschung richtig interessant und aus diesem Grund biete ich schon seit über zehn Jahren ein Seminar an, das ich Forschungswerkstatt Medienpädagogik nenne. Die Idee dieses Seminars ist ganz schnell erklärt. Ich möchte angehenden Pädagoginnen und Pädagogen und Lehrerinnen und Lehrern möchte ich gerne Spaß an medienpädagogischer Forschung machen. Das ist die Idee. Und ja, es ist zu erwarten, dass dann nach diesem Seminar doch die einen oder anderen begeistert sind von der medienpädagogischen Forschung und ihre Bachelorarbeiten, Masterarbeiten oder auch Dissertation dann in der medienpädagogik schreiben wollen. Und da in diesen Beratungsgesprächen auch in Kolloquien kam nicht selten dann auch die Kritik oder die Nachfrage erst einmal von Seiten der Studierenden. Ja, wie forscht man eigentlich in der medienpädagogik? Wie kann ich in der medienpädagogik forschen? Das, was wir in der Forschungswerkstatt gemacht haben, war ja nur ein kleiner Teil. Aber ja, ich möchte die und die Frage untersuchen, wie kann ich das eigentlich machen? Und das Problem ist tatsächlich, dass wenn man sich, ich gebe dann immer den Tipp, schauen Sie sich Studien an, schauen sich Studien an, in denen Medienpädagoginnen und Medienpädagogen so geforscht haben, in etwa so geforscht haben, wie sie es vorhaben und lassen sich davon inspirieren. Das Problem ist aber tatsächlich, dass diese Studien, wenn sie denn dann veröffentlicht sind, gar nicht mehr so genau darauf eingehen, wie der Forschungsprozess überhaupt stattgefunden hat, also wie geforscht wurde. Denn häufig ist es so, klar, das interessiert natürlich die meisten einer Studie, was man herausgefunden hat. Das heißt also, wenn Sie sich Studien anschauen, dann fokussieren die eher die Ergebnispräsentation als wirklich die Frage, wie wurde eigentlich geforscht. Und deswegen habe ich, und eben auf diesen Hinweis der Studierenden hin, habe ich einen Call gestartet. Ein Call ist ein, ja, ist ein Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen, an die Community, sich an einem Projekt zu beteiligen. Und eben dieses Projekt habe ich, in Anlehnung an das Seminar, aus dem die Idee stammt, Forschungswerkstatt Medienpädagogik genannt. Und in dieser Forschungswerkstatt die Idee für dieses Publikationsprojekt war, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in der Medienpädagogik schon erfolgreich geforscht haben oder die gerade dabei sind, ihre Forschungstätigkeit mal aus einem, nicht aus dem Blickwinkel der Ergebnispräsentation, wie Sie das vielleicht auch dann in den Studien, in den Veröffentlichen finden, oder auch, wenn es zum Beispiel eine gesponserte, eine geförderte Forschung war, also dass man begründet hat, warum diese Forschung wichtig ist, sondern eigentlich den Teil, den wesentlichen Teil in der Mitte, nämlich das Wie der Forschung. Also, wie haben Sie Ihre Studie durchgeführt? Und was gab es da vielleicht, vielleicht auch für Schwierigkeiten? Oder, wenn die Studie aktuell durchgeführt wird, an welcher Schwierigkeit hängen Sie gerade? Also so ein Bericht aus dem, aus dem, aus dem Fortschritt der Forschung. Und es war unglaublich, ich habe diesen Call gestartet vor jetzt inzwischen fünf Jahren und es kamen über 50 Rückmeldungen, das ist richtig viel, habe mich sehr gefreut, richtig tolle Beiträge und wir haben diese Beiträge zusammengestellt in insgesamt drei Bänden, das sind diese hier, Forschungswerkstatt Medienpädagogik und das wäre jetzt natürlich komisch, wenn ich hier in diesen Videos Werbung für meine Bücher mache. Aber, das Gute an diesen Büchern ist, dass sie eben nicht nur bei Coophead erschienen sind, das heißt man sich diese Bücher natürlich kaufen kann. Wir das aber so gemacht haben, dass nur diejenigen, die sozusagen sagen, ich möchte es gerne im Regal stehen, kaufen sich die Bücher. Oder eben die sagen, ich möchte es gerne auf Papier lesen. Für alle diejenigen, weil das war ja eine studentische Idee, die sagen, ich möchte mich nur inspirieren lassen für meine Bachelorarbeit, für meine Masterarbeit oder für meine Dissertation, die finden all das, was in diesen drei Bänden steht, auch online. Googlen Sie einfach Forschungswerkstatt Medienpädagogik und dann finden Sie ein Repositorium, ein Repository, also das ist so ein Ablageort für PDF-Dateien und damit finden Sie exakt das, was Sie hier auch in den Büchern finden. Und wenn Ihnen das sehr gut gefällt, dann können Sie sich ja trotzdem, da freut sich dann der Verlag, das ein oder andere Buch kaufen. Müssen Sie aber nicht, denn die Inspiration finden Sie bereits in den PDFs. Und das ist die Idee dabei. Das heißt also, die Idee von Studierenden für Studierende, beziehungsweise für diejenigen, die Qualifikationsarbeiten in der Medienpädagogik schreiben wollen, Inspiration zu bekommen. Und in diesen Büchern, genauso aber auch wie auf der Webseite, finden Sie zum Beispiel Arbeiten zur dokumentarischen Medienanalyse, zur Biografieforschung, zu Puppet-Interviews, eine ganz spannende Sache, oder gemeinsames Forschen von Menschen mit und ohne Behinderung, oder Medienbildung und Kultur der Schule, Medienpädagogische Deutungsmuster, die Ground Theory, es kommt gleich mehrfach vor, dann etwas zu Audio-Podcasts, zu Design-Based Research, dann im anderen Band geht es weiter zu Gestaltungs- und Entwicklungsorientierter Forschung, der Praxisforschung, dann Analyse medienpädagogischer Kompetenz, die rekonstruktive Medienbildungsforschung, kreative medienbiografische Forschung, dann introspektive Empirie zum Beispiel und noch weiter, Sie sehen schon, da ist einiges zusammengekommen, visuelle Methoden, qualitative Inhaltsanalyse, Methodentriangulation in der medienpädagogischen Forschung und so weiter, dokumentarische Methodegruppendiskussionsverfahren und so weiter und so weiter. Also Sie sehen ein wirklich vielfältiger Schatz an medienpädagogischen Arbeiten, die Sie eben, und das ist das Besondere eben, an diesen Aufsätzen, die eben nicht nur die Ergebnispräsentation fokussieren, sondern an das Wiede-Forschung und das entsprechend immer wiederkehrend die Beiträge aufgerufen, aufgebaut sind, dass also, wenn Sie Inspiration suchen für Ihre Bachelor, Master oder Dissertation, dass Sie das entsprechend dort finden können und relativ schnell da kreative Ansätze, Methoden, Methodologien finden. Was beim Thema medienpädagogischer Forschung natürlich auch nicht fehlen darf, ist das Jahrbuch Medienpädagogik 10, dass die Kolleginnen und Kollegen Anja Hartung, Bernd Schorp, Horst Nisethow, Heinz Moser und Petra Grell zusammengestellt haben. Und das heißt, wer da noch ein bisschen tiefer in die medienpädagogische Methodologie und Methode hineinschauen will, dem soll noch dieses Buch empfohlen. Und das, glaube ich, gibt es entsprechend auch online unter medienpäd.com. Das müssen Sie jetzt nicht alles gleich aufschreiben, denn ich stelle Ihnen diese Links, die weiterführenden Links, stelle ich Ihnen auch in die Beschreibung zu diesem Video. Auch die Links, in denen Sie die Beiträge für die Forschungswerkstatt herunterladen können. Ja, und dann viel Spaß bei der medienpädagogischen Forschung. Bis zum nächsten Mal.